Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Schaut mit den Augen des Drans Genji und Tracer siehst du auch jede Runde, ne? Du spielst immer gegen dieselben Helden Als ob sie wusste wo ich herkomme Oh, die Saiya hat einen dicken Hatcher kassiert Auf der anderen Seite, die haben natürlich recht damit, dass das hier Wie sagten die, Public ist? Ja, ist halt Quickplay, Quickplay ist immer eigentlich Ja, ich würd nicht sagen Do what you want, es steht immer noch kompetitiv drunter Oh Shit, das war dumm Saiya ist hart am leuchten jetzt wegen mir Wie ein Christbaum Oh, die Saiya Gott sei Dank Hab sie Haben wir die da? Ja, Lucy Ohohohohoh tomorrow Weis God Zumbra kommen wir da Sombra? Ja So, wann haben die die? Die ganze Zeit. Stimmt. Die ganze Zeit. Boah, das war knapp. Oh, fuck. Das war kein Headshot. Sonst hätte ich ihn gehabt. Headshots sind doch auch reflektable, oder? Nein, aber ich habe ihn ja getroffen. Aber es war leider kein Headshot. Mit dem Headshot hätte ich ihn den Rest Damage auch noch gemacht, der ihn zum Sterben gebracht hätte. Und dann hat er leider geslashed. Ja, okay. Gegen drei Ultis habe ich nicht so viel Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Genji-Ulti, Moira-Ulti und Saiya-Ulti. Da hatte ich keine Chance. Ach, nö. Ja, okay. Okay. Da hast du Tracer, ne Sombra und ne Moira hinter dir. Da kannst du Speed-Tap... Oh, da ist dir ne Widow entgegengefallen. Hinter dir, Genji. Oh, wurde gehuckt. Ein unbedeutender Rückschlag. Hallo. Bin gehackt. Der war nicht schlecht von der Sombra leider. Ist gut getimt. Gut, die haben jetzt natürlich echt bescheidene Helden, ne? Mit Tracer, Sombra und Genji. Da sind drei Flankers unterwegs. Hack mich nicht. Töte sie! Oh mein Gott, danke. Ich hab' zu gooo. Ich hab' zu gooo. Im Gegner-Team ist keiner down. Doch. Tracee. Ja, pass auf! Oh Gott. Tracer ist hart, nervig halt. Ist down? Stimmt. Oh, ich bin gehackt. Ich war, ich war zum Glück nicht in der Zarya-Ulti, aber ich war gehackt. Oh, wir haben noch aufgeräumt. Ja. Hat der Soldier gut seine Ultima gemacht. Hat er echt gut gemacht. Er hat die Tracer weggemacht, die ich angeschossen hatte. Das war gut. Nur Glück haben, kommen sie nicht mehr bis dahin. Dann haben wir gewonnen, die Runde. Nice! Nice. Obama the Lama. Obama the Lama hab ich manchmal ganz schön fette Headshots gegeben. Youngball. Der kennt sich aus. Junge Bell. Youngball denkt sich, mit Soldier liefst du gut. Jetzt gehen wir mal auf Genji. Genau. Weil, wenn man mit Soldier gut ist, muss man mit Genji auch gut sein. Das ist die Regel auch. Wenn man mit einem Helden gut ist, muss man wechseln. Dann muss man wechseln. Läuft's gut, wechseln. Ja. Irgendwann machen wir ein Video, wo wir nach jedem Tod den Helden wechseln. Was hast du? Irgendwann machen wir eine Folge, wo wir nach jedem Tod den Helden wechseln. Einfach hier random Heroes spielen, oder wie das heißt? Nein, einfach bewusst den Helden wechseln. Genji sind uns. Wäre sonst kein Nachteil, wenn jeder das haben würde. Hier ist ein Genji. Ja, ich weiß. Ist der tot? Ja, okay. Ich hab den Punkt eingenommen. Ich bin stolz auf dich. Einfach so. Ohne Hintergedanken? Ich stand einfach in der Ecke. Geil. Alter, die Ferra schießt die ganze Zeit einfach nur an die gleiche Stelle Raketen. Ja. Ich werde wieder in der Ecke stehen. Wie du dich umguckst, so. Hallo? Du bist allein übrigens. Ich bin alleine? Ja. Mein Ultimate ist gleich soweit. Oh, die sehen sie mich nicht. Die kommen auch nicht, ne? Seht, was unsinnbar ist. Ferra weiß, dass ich hier bin. Aber... Hat dir nicht geholfen? Oh nein, die haben eine Mei. Und die Diva-Ulti in die Ecke, wo ich saß. Das nenn ich Hass. Das ist der blanke Hass, Nefi. Ich war auch allein, aber... Oh, hatten wir tatsächlich 51%? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich... Das hab meine Ulti. Nicht besieden. Muss er weg. Schaut mit den Augen des Drachen. Auf meine Ulti. The fuck? Oh, deren Widow weiß, wo ich herkomme. Ferra ist gut nervig. Ja, klar! Aber ich hab... Ich hab den Hitscan, den wir brauchen. Wait. Die haben keine Widow. Wo kam die Mine her? Unsere Widow Genji Reflect. Ah, das kann sein. Och ne. Wo kam die Mine her? Ja, ich guck grad so, hä? Was ist für eine Widow? Da muss er unsere Widow. Oh, lol! Ich bin Genji, ich drück um jede Ecke eh. Ich bin Lucio, der einzige Highlight im Souljub. Oh! Meine goldenen Einzelteile. Kaputt. Und wir gehen natürlich eigentlich auch gegen das, was... Was wir eigentlich sonst machen wollen, ne? Was? Ein Zweierteam, beide DPS. Pff. Ganz ehrlich, warum soll ich auf andere achten? Das sagen die anderen ja auch. Oh, Glück gehabt! Oh! Ich hab ja keinen Highlighter, deswegen muss ich jetzt auf den Medikit hocken. Ah, grad beim Heilen, ey. Kannst du auf den Punkt gehen? Ich wollte grad sagen, mach nen Scatter. Sehr gut. Och, Genji, hau ab. Ich mach den Panzer jetzt. Ja, mach den Panzer, ich bin tot. Oh mein Gott. Also nicht du, du warst auf den Punkt, du konntest ja nichts machen. Play of the game. Aber Soldier und Genji gehen doch auf den Punkt, obwohl die Diva-Ult drauf fällt. Ich war, ich war doch sowieso da. Ja, du warst da, aber der Soldier läuft doch total stumpf auf den Punkt. Nerv this. Die kriege ich. Oh, guck mal, das leuchtet. Wo die Canoli, ey. Und dann haben wir immer noch diesen stumpfen Widow-Spieler, ne? Das ist halt nicht so geil. Das ist aber der, einer der coolsten Roadhog-Skins. Das ist der neue. Ich weiß. Also der ist ja gar nicht mehr so neu, weil, ne? Kam mir schon wieder ein Event zwischendurch. Oh nein, oh nein. Oh, Glück gehabt. Die haben Moira. Das war mir neu. Oh, wir haben Moira gekillt. Natürlich haben sie jetzt auch Roadhog, oder was? Jetzt haben sie Roadhog und Moira. Komm, Nefi, ich helf dir. Geregelt. Da ist einer unten hier in dem Schacht. Lass das. Er schafft es immer noch. Er schafft es immer noch. Okay, er hat es nicht mehr geschafft. Hallo. Hallo. Hast du die Moira gesehen? Ja. Hallo. Hallo. Oh, ha. Lucy, komm wieder. Jawoll. Oh, ein nicer Shot von mir und wieder. Oh, hä? Ach so, der Hanse. Hä? Hä? Ah, ein Genji, der Healing braucht. Man sieht es so selten. Man sieht es so selten. Healing braucht? Dann sagt ein, nicht Healing. Hast du die Uriza gut weggehauen, du? Mhm. Ja, der Roadhog mich auch. Ich hatte dir gerade eine Dings reingehauen. Ja, da waren aber drei Gegner drin. Lustig kommt wieder von hinten. Oh, ne, die haben kein Lust mehr. Ah, da ist jetzt Genji gegangen. Von wo kommt die Ulti? Ja, das ist so eine verzweifelte... Ich wechsle Hanse E-Ulti. Ja. Irgendwie sowas. Der hat ihn ja auch gewechselt. Die Ulti ist ja in der Mitte verschwunden. Ach, fuck. Ja, das war schlau von der Uriza. Ich habe das Schiff nicht gesehen. Yo, ich bin down. Als der Hook flog, habe ich den Shift gesehen. Dachte mir so, fuck. Gewartet, bis du gehuckt hast, ne? Ja, eigentlich hätte ich gar nicht mehr Hooken müssen. Ich habe... Sie hat eigentlich schon eine Sekunde früher gedrückt. Also, ich habe meine Ulti. Äh, ich noch nicht, aber... Genji, es sind euch. Gehackt. Dann machst du deine Ulti ehrlich und dann wirst du direkt gehackt. Das ist doch traurig. Hinter dir ist die Uriza. Ich sehe nix. Die kannst du erst kriegen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Geht doch! Ey, Obama, Salama. Heilung ist raus gewesen. Haha, Lucio! Ey, so nicht. Das ist ja gut. Und auch noch... Auch noch gewonnen. Auch weil die Leute so ein bisschen gewechselt haben. Hm. Hm. Jetzt guck dir bitte an, wie der Soldier und der Genji auf den Punkt laufen. Sieht man leider nicht richtig, ey. Sieht man nicht, war hinter der Wand. Ja. Ah. Soldier dachte auch, die Mail lässt die Wand da bestimmt stehen für uns. How to press Q. Ach komm, eine Diva-Ult zu planten ist schon schwer. Und die Leute müssen dumm genug sein und reinrennen. Ja, die sind noch reingerannt. Das war ja auch dumm. Eine Lootbox. Eine Lootbox. Habe ich nicht. Ja, das ist, weil Jeff gibt mir 5% mehr EP, weißt du? Papa Jeff. Mhm. 5% mehr EP. Oh, hier sehe ich den guten McCree-Skin. Ich weiß nicht. Der ist so gut. Ich mag die Mütze nicht. Ich mag alles an dem Skin nicht. Wo ist der McCree da? Weißt du, der hat den geilen Van Helsing-Skin, der hat so einen geilen... Ist ja schön, dass er mal was anderes hat, aber ich weiß nicht. Irgendwas stört mich an dem Skin. Selbst der hier Sommerspiele-Skin war hammer nice und so. Und dann... Da finde ich halt Blackwatch oder Van Helsing cooler. Blackwatch ist auch geil. Ich finde sogar Hettungsschwimmer cooler, wenn ich ehrlich bin. Ja, eben, das sei ja. Und dann der jetzt ist halt so... So doof, irgendwie. Die Kleidung ist halt noch nicht so geil. Ist alles scheiße an dem Skin. Alles scheiße. Den werde ich wahrscheinlich auch aus einer Box ziehen, bin ich mir sicher. Ketchup-Tüte. Der echte Frage-Zeichen. Die echte... Wo ist Mario-Tüte? Wo ist Mario? Ich baue einen neuen Helden. Ich weiß nicht, was ich spiele. Tracer. Okay. Torbjörn. Ready to... Ähm... Ja... Zen. Schon lange nicht mehr Zen gespielt. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. Oh. Mank Aura... Mank Aura ist so ein verzweifelter Mercy-Main. Die hat 176 Stunden. Oder er... Die Person hat 176 Stunden Mercy. Spielt jetzt Ana. Sieht da nicht ein. Nerfte Mercy-Scheiße. Das ist aber auch doof, ne? Wenn dein... Dein Held... Besonders... Also Mercy-Spieler sind ja eh, ne? Sind sehr sensible Menschen, hab ich manchmal das Gefühl. Sehr sensible Menschen und spielen halt ungern andere Helden. Ja. Und dann wird Mercy noch so hart genervt. Ja. Und es ist ja quasi kein Murph. Die haben ja quasi den Charakter aus dem Spiel genommen. Die kann ja nix mehr außer heilen. Das passiert mit Hanso auch, wenn der Scatter wegkommt. Ah. Wenn einfach nur der Scatter geändert wird, dann macht er ja trotzdem noch viel Damage. Hoffentlich machen sie da keinen Scheiß mehr. Oh, natürlich. Aber ich lauf einfach an der Paylock mit Widow. Dann kannst du mir noch so viele Headshots geben. Mir hat sie den Headshot gegeben. Die obligatorische Widow muss natürlich dabei sein. Man spielt halt wirklich meistens gegen eine Widow oder einen Hanso. Alter, was? Aber das muss man dazu auch sagen. Ich guck ja, die Overwatch League, da spielen ja auch alle eine Widow halt meistens. Ja, aber die können's auch. Die können's auch. Und dadurch, dass die anderen halt ne Widow haben, musst du halt ne Widow haben. Ich kann nicht tracken. Oh, fuck. Und dann Genji ist noch oft und Tracer und Pharah. Ich hab langsam keinen Bock mehr auf Sende, ne? Nur das dritte Mal ein Headshot von Widow gekriegt. Und zum dritten Mal hier aus dem Spawn laufen muss. Was? Ich war voll! The Paylock. Okay, war ich nicht. Aber trotzdem. Hat das geholfen, dass ich den Reset-Open-Weg gemacht hab? Sehr gut. Ja. Sie ist zwar jetzt woanders, aber es hat trotzdem geholfen. Oh, Reinhard ist so low links. Oh. Oh. Der Tracer-Bomb tötet Reinhard nicht Instant. Ist nicht OP genug. Hansus Getter hat das bestimmt One-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh. Ein Instant gekillt. Nicht. One-One-Click. Aber das ist ja auch ne Ulti. Tracer kligt die alle fünf Sekunden. Das ist fast wie ne normale Fähigkeit. Stimmt, Tracers Ulti ist oft schnell, ne? Als ob er da steht und mich stunnt. Ja, Genji ist hinten. Die Ana hat ja ins Liebdart erstmal richtig hart verkackt. Wo ist denn der Winston? Der ist hinter der Mauer rumgesprungen, keine Ahnung. Wartet auf die Widow wahrscheinlich, oder ne? Der Winston ist gerade an der Widow vorbeigesprungen, WTF Winston! Ich habe meine UL, die will sie aber nicht einfach nur machen. Und dann wird die Payload weiter nach hinten geschoben, nachdem die ein Meter davor war. Was ist denn mit diesen Reinhardt? Den kriegen wir nicht down. Doch, da. Kommt schon Leute! Hi nun! Nice! Ach man, der hat mich gesehen! Ach man! Der hat mich gesehen! Ach man! Das ist aber witzig, dass die Geschosse von Lucio auch reflektiert werden können. Weil eigentlich ist es doch Sound, oder? Schallwellen, ja. Schallwellen! Schallwellen! Als ob da ne Falle lag! Das sind ja keine Projektile eigentlich. Dürfte Genji ja nicht reflekten können. Der kann ja nicht die Luft reflektieren, oder? Ne. Ne. Ne, 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 ne. Das war ganz schön schlecht von uns. Haben wir die letzte Runde eigentlich gewonnen? Äh, ja. Die haben wir gewonnen. Ja. Die hier nicht. Ja. Wie sie alle schön in einer Reihe stehen. Und der Winston einfach nicht abhaut! Was war mit ihm? Der konnte nicht springen. Ja, aber dann läuft der doch nicht ansatz... Er hat die Ecke angetäuscht und hat sich wieder umgedreht. Aber er konnte halt nie springen. In der Zeit, wo das Highlight war, hätte er mindestens einmal springen können. Erstmal die Box offen machen. Traurig, ey. Und? Weißt du nicht, es lädt. Drei, zwei, eins, bäh! Oh, zwei lila, ne. Oh, den Reaper-Skin! Der Höllenfeuer-Skin. Der von diesem... Oh, der ist cool. Ja. Der ist cool. Ich finde es cool. Na gut, Leute. Der ist auch cool von dir. Der ist auch okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Nach uns! Näe tape! Ja. Nach